Hehe, klatsch. Klatsch, klatsch. Oh, ist schön an. Vor allem sagen das Leute immer, wenn ich was im Mund hab. Aber machst du so ein Zensording rüber? Ich hab doch nicht voll gesagt. Ja, der Spino, der macht... Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer neuen Runde... Ja, hier, Ark, ne? Mit den Dinos und so. Welche krassen Helden. Ja, das stimmt. Wir gehen ein bisschen in der Luft. Fix your game. Alter! Hab ich getroffen? Aua! Ja! Weißt du mal, wie das... Schön auf die Titte! Er mit der Faust... Schön auf die Titte! Er ist irgendwo... Er ist irgendwo in Meppen. Who are you? Tu mal so, ne? Wo bist du? Nee... Also, wo are you, also? Wo are you, Alla? Wo are you, Alla? Ein Test? Junge, wer... Ein Ben, Alla? Bist du... Bye-bye, Goal Game! Okay, jetzt bunni mal, damit er nicht wiederkommt. Drauf, bunni. Nachricht, tschüss. Junge, bunni doch! Hab ich doch gerade gemacht heute nicht. Nein, nein. Alter! Was bist du denn schon wieder so aggressiv? Der ist doch weg! Ja, äh... Gebannte Spieler annauen. Ich hab's gerade gesagt... Geil, High Five ist wieder in! So! Was machen wir denn heute? Maulst du mich hier so an? Nein! Und ich hatte den schon längst gebannt. Junge! Bann den doch! Ich esse auch Narko-Bären! Wir wollen heute mal wieder so ein bisschen... Auch mal ein bisschen Action, würde ich sagen. Ich hätte gerne mal wieder ein bisschen Aktionen. Bist du bei mir? Ja! Ach so! Steinmetzelfen... Äh... Du bist so geistig verwirrt! Ich würde sagen... Du und ich... Gern! Wir können jetzt gerne nochmal ganz kurz... Die Grundvoraus... Äh... Grundvor... Äh... Versitzung hier... Die Grund... Versuch's halt wirklich ganz kurz! Richtig ernst! Und siehst du da, Alter! Alter! Die Grundvorsorgung zu sichern, indem wir Öfen und ne Werchbank machen! Öl... Ja! So! Und dann... 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 gehen wir scheppern! Oder? Schepperdom! Ja! Wir brauchen Holz! Oh! Dahinten kloppen sie sich wieder! Das muss ich einmal pro Folge zeigen! Ein bisschen Moschbild! Das ist hier so ein Alu... Und da oben ist direkt der Spino! Den Spino hätte ich so gern, ne? Jetzt... Jetzt guck mal bitte, ob der Spino gleich den Alu angreift! Ja! Der Joint der Party? Ja! Aber verstehe ich nicht, wenn... Wenn die sich jetzt gleich in Ruhe lassen... Der arme Spino... Äh... Äh... So! Und jetzt... Wer greift wen an? Die, die snacken jetzt? Sind die... Sind die Team? Und jetzt kommen sie zu mir! Hoch! Höhe! Du brauchst Höhe! 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 Oh, jetzt snackt er sich den nächsten! Höhe! Scheiße! Aber ich kann das mit den Spino bestimmt auch machen! Ja. Oh, der hat richtig Bock, er hat ein paar Schuhe. Senorita, kommen Sie mal hier. Hier bin ich. Ja, komm mal her. Ja, fein machst du das. Drop the bomb. Hat der gerade geschissen? Das sah so aus. So leicht zurückgelehnt. Hallo. Oh. Oh. Es gibt einfach keine Animation dafür, dass Dinos fallen. So, die gehen einfach, das Model droppt einfach. Ja. Jetzt Öfen, ne? Jetzt schon Öfen. Guck mal, was schön ist, ne? Das Geländer? Oh, das Geländer hat mich gerade... Oh, finde ich jetzt. Das Geländer hat mich gerade... Ich schamste einfach so durch die Gegend. Na, 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 belohnt. So, kann ich das jetzt hier... Hallo, ich bin die Olga. Ich bin die Olgen. Warte mal. Ich kann vorziehen, ihr. So. Ich komme hier nicht weg. Wenn du ein scheiß Opfer bist. Alter, wie schnell das ist. Oh, da kann man sogar durchfliegen. Ist ja belohnt. Saft. Der war richtig clean. Saftig. Der war einfach nur clean. Ich tue mal einen Schrank. Äh, ey. Eigentlich war ja der Plan, da die freien Flächen nutzen, für so Lagerhäuser. Ja. So ein bisschen so wie die Hobbits im Auenland, so, dass man so auf den Hügeln so seine... Ne? Ja gut, die haben das in den Hügeln, aber so. Und hier unten, fette Stallung. Und spricht ja nichts dagegen, dass man hier unten dann auch mal ein Schränkchen hat, so mit ein paar Waffen, so, dass man schnell so... Ja. Ne, ja. Aber eigentlich wäre es geil, wenn man hier unten einfach alles... Aber irgendwann nutzen wir oben gar nichts mehr, weißt du? Dann steht das dann nur so rum. Weiß ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich so machen, dass wir uns hier an der Seite irgendwie noch so einen Gang nach oben basteln, dass hier dann so hoch geht, dass man hier... Wieder mit Rampen, ne? Mündet dann hier irgendwie, genau. Und dann kann man hier immer schön hoch gehen. So, man kommt über das Tor, denkt sich so nichts Böses, denkst du, ach Mensch, hier ist eine Treppe, da geh ich mal hoch. So, und dann ist man dann hier oben. Hat schon fast eine natürliche Rampen. Genau, deswegen dachte ich, ist die Ecke ganz gut. Und dann kann man hier trotzdem, ja, also wir machen einfach unsere Betten und so hin. Hier kann man nochmal Lagerfeuer und sowas hinstellen, schön. Ja. Und wir machen es einfach schick. Ja, so richtig schön, schön mollig. So. Hier ist ein bisschen coole, hier könnte man Fundamente machen. Ja, machst du jetzt, oder? Also schön ist das nicht, aber Zweckerfeld. Da brauchen wir wahrscheinlich noch zwei weitere, ne? Hier machen wir Treppen dran. Nee. Und hier Zaun und dann machen wir die beiden Öfen drauf. Wieso willst du denn da jetzt Treppen dran machen? Die sollen dann runtergehen, oder was? Damit man das schön, damit das einfach bündig ist. Oder ich zeige dir einfach die Stelle, wo ich es gemacht habe. Kommen wir mit. Ah. In den Boden rein. Jo. Das geht? Jo. Ach, das geht. Arg. Das ist schön. Dachte ich mir. Hier würde ich alles mit Öfen vollklatschen. Ja. Vielleicht hier so. Die, die coole hier. Oder hier. So schön an der Wand. Damit wir auch das hier den Raum ein bisschen nutzen. Aber ich glaube, das verdeckt so ein bisschen die Fenster. Aber kannst du mal gucken? Ich würde es ein bisschen mittlerer. Deshalb würde ich genau, ja. So? Ein bisschen nach rechts, glaube ich. Die Perspektive fickt dich gerade. Das ist der geilste Move von Gamer, ne? Ja. So. Ist der auch eine offene Küche? Ja, aber dann würde ich den so quer in den Raum machen. So ist es schön. Das ist wirklich schön. Das ist offene Küche. Offene Werkbank. Ein bisschen schief. Ein bisschen schief. Ich musste da auch schief. Ja, ja. Es ist supi. Schief. Ist auch nicht schön dran. Ist nicht schön nah dran. Da ist eine Rille. Schön nah an der Wand. Bis kurz vor Rot. Ja. Kann man so stehen lassen. Kriegst du es nicht besser hin. Ist in Ordnung. So. Geil. Oh. Das ist der Moment, wo wir durch sind. Also wir sind über den Berg. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wir haben alles. Ab jetzt geht es aufwärts. Sturzflug. Genau. Wegen Dache übrigens, ne? Ja. Da warten wir noch auf euer Feedback. Richtig. Und wenn es ein bisschen vorproduziert. Genau. Der Kalle zieht ja jetzt um, bealler. Ja. Hat er wahrscheinlich schon lange, wenn das hier kommt, bealler. Das stimmt. Das kann nicht sein. Jetzt habe ich wahrscheinlich gerade Internet. Hoffentlich habe ich auch wieder ein Computer. Und ich wohne in Spandau. Geil. Alles geil. Alle drei Sachen geil. So. Und schnappt ihr da mal eine Armbrust, kleiner Mann? Zack. Fertig. So. Und jetzt holen wir uns einen Stegok. Ja, der tried. Äh, das Mammut wäre doch krasser. Und Bronto. Trike ist schlechter als Stego. Ja, dann holen wir einen Stego. So, Falco, ablegen. Da ist ein Stego. Hier ist ein Spino. Äh, meine ich ja. Oh, fuck. Der Spino stirbt gerade. Ja, wollen wir den flexen? Ja, ja. Fick ihn, fick ihn, fick ihn. Ich bin doch nicht so nah dran, oder? Er ist tot. Hier ist ein Skorpion, Alter. Ja, der wird angegriffen. Das ist drei Skorpions. Ich versuche mit dem... Nein, nein, nicht, dass du ihn Stego angegriffen. Ich habe doch den Skorpion gefickt, ey. Geil. Ehre. Oh, geht der jetzt auf mich? Nee, der geht auf dich. Du hast... Nee. Ey, Genie. Fick das Vieh mal weg. Okay, wir legen mal los. Geil. Ah. Easiest game. Oh, da hinten ist ein MG, Mann. Vorsicht. Auf anderen so früh. Der ist Level 15. Wir holen uns einen anderen. Was ist hier noch? Ein Aluhelm? Hier unten sind ganz viele MGs. Davon so zehn Stück zu haben, ey. Das muss so lösen, ey. Du marschierst einfach irgendwo ein, ey. Richtig, ey. Nach Russland ran. Oh, hier sind noch ein paar. Drei Stück. Hier zwischen sind noch ganz viele gerade. Vier Stück. Ja, geil. Guck die dir an. Zehn. 90. Geil. Ich komme zu dir. Wir müssen hier alles clearn, umherum. Wo ist der 90er? Das ist der mit dem grünen Kamm hier links. Ah, hier ist ein Drache. Ja, ja, genau. Wollen wir den bomben? Oh, da kommt noch ein Skorpion. Hinter dir? Genau hinter dir. Ja, ja, der macht nichts. Alles gut. Wir können auch die Pteradons hier ein bisschen leveln dadurch. Ja. Und das haben wir den. Schön wegflexen. Ja, ja, alles hier wegfladecken. Pass auf, wir landen hier oben. Ist der hier vorne, ne? Okay, Attacke. Oh, wie die Scheiße in den Kamm steckt. Puh, der dodged. Ich habe keine Schüsse mehr. Ich habe noch fünf. Ich könnte den jetzt boxen. Ey, es liegt jetzt an dir. Versuche meinen Kopf. Na, ist zu risky. Ich habe aber in der Base noch ein paar Narkos gemacht. Also auch noch echt ein paar. Okay, dann boxe ich den jetzt. Ich gehe runter und boxe den. Fettes Stück Scheiße, Alter. Fall um, Bruder. Oh shit, jetzt kommt hier ein anderer. Ja, aber der ist ja level 1 oder so. Oh, jetzt kommen sie hier alle. Ja, dann... Ja, lass abbrechen. Und nochmal neu versuchen. Wie nennen wir den Stegodan? Stegi? Yo, genial. Ich muss mir nochmal ein paar Bären reinknallen, aber nicht, wie der die Narkos fressen kann. Aus Fehlern lernt man. Prrrrt. Prrrrt. Ja. Aber die Flakrosse ist geil, ne? Kannst du auch noch nicht. Die glänzt doch so schön in der Sonne. So, wollen wir los? Äh, ja. Ja, dann höher. Ey, die sind zu strong. Pass auf dein Leben auf, ey. Der macht auch Blutungseffekt. Die sind, glaub ich, high level. Die wären auch geil, aber... Ja, die haben grad den 30er geflext. Ich glaub, wir müssen nochmal ein bisschen gucken. Dann ist es ja hier jetzt erstmal egal, wenn hier keine mehr sind. Oh, scheiße, ich hab keine Ausdauer. Das war's. Max. 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 Falkorib. Falkorib. Ja. Da ist der Falko Hobbs gegangen. Ja, was guckst du jetzt? Ja, du hast Falko getötet. Ich nicht. Ja. Ist das gar keine emotionale Bindung mit einer? Nö. Ist dir das scheißegal? Brauch ich eh einen Adler. Kutschi wär schlimm. Nee, der ist mir scheißegal. Ey, nur weil er hässlich ist. Ja, das ist super arg, ne? Manchmal fickt es dich. Also, der Stiko hier ist Level 55. Da würde ich jetzt sagen, den holen wir uns. Oder? Ich würde dann ballern. Okay, dann go. Stigi! Ja, renn du einfach mal weg. Ich sag dann Bescheid, wenn er auf mich rennt. Ah, okay, der ist so lahm. Der darf nicht im Wasser liegen. Ah, jetzt rennt er wieder zum Land. Nicht, dass er uns absäuft. Ja. Perfekt. So. Was ist hier? Oh, hier ist nochmal ein Kutschi. Davon auch so 100 Stück, wäre halt übel dumm. Die Frage ist, wie kriegen wir den jetzt? Hier ist ein Salamander. Der ist ganz geil. Der macht, der sorgt dafür, dass um ihn herum immer geile Temperatur ist. Den können wir oben einfach hinhocken. Dann wird es nicht heiß. Aber was will... Ah, ist der schon tot? Du bist gerade Stege getroffen. Oh, Leute. Dadurch kriegt er jetzt massiv weniger Brüssel. Ich dachte, ich habe den getroffen. Bei mir sah das so aus. Die Hitboxen sind halt in Alkohol einfach nur beschämend. Wollen wir so einen Flaktypen einfach mal probieren? Bin gerade ein bisschen fickrig, muss ich sagen. Er ist der Flakboy. Ja. Ja, dann go, oder? Go. Steppt gerade. Hups. Ich habe ihn geschossen. Ich habe ihn. Alter. Alter, Sia, ey. Ich bin hier aber sowas von weg. Ja, gut. Alter, der Ball hat noch auf mich. Ei, 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 ei. Auweia. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. bitkus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. OLI Y